Hallo liebe Freunde der Kunst, herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Video. Diesmal möchte ich euch weitere Möglichkeiten aufzeigen, wie ihr meine Kunst käuflich erwerben könnt. Bisher war ich ja bei CEWE, habe diese sehr qualitativen Kunstdrucke, feine Art Premium Matte angeboten, mit einer sehr schönen Papierqualität, Oberfläche ähnlich wie meine Originalzeichnungen, mit einem sehr dicken Papier und wirklich sehr schön, aber relativ teuer. Jetzt habe ich einen neuen Hersteller gefunden, wo es verschiedene neue Möglichkeiten gibt, einiges billiger. Und hier ist sozusagen ein sogenannter Flyer, hier das mal in DIN A5 und hat eine dünne Papierqualität, eben wie ein klassischer Flyer, mit einer glatten Oberfläche. Trotzdem sehr schön, aber dafür einiges billiger. Würde mich freuen, wenn ihr da einiges bestellt, damit ich neue Sachen auch ausprobieren kann. Freut mich, wenn ihr mir ein Like gebt für das Video, das Video kommentiert, teilt und auch natürlich meine Homepage besucht, meinen sozialen Medien besucht und am besten auch folgt und abonniert. Und freue mich bald wiederzusehen in einem nächsten Video oder eben auch auf der Webseite. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Du bist so heilig, es raubt mir den Atem und trotzdem bist du uns so nah.